moin youtube liebe messerfreunde willkommen zu einem neuen video von mir heute möchte ich euch den neuesten wurf von dirk wanger vorstellen denn der hat mal wieder einen rausgehauen sage ich jetzt mal so salopp ein messer das mir persönlich sehr gefällt und ihr könnt euch schon vielleicht vorstellen warum ja er hat hier ein messer in zusammenarbeit mit eckhard schmoll herausgebracht einem der bekanntesten deutschen messermacher mitglied der messer gilde und wenn ihr wissen wollt um welches modell es sich hier genau handelt dann bleibt doch einfach dran willkommen zurück ja wie gesagt der dirk wanger von messer und co hat es jetzt endlich geschafft er schreibt es selber im shop das warten hätte sich gelohnt er hat ein design von eckhard schmoll umgesetzt das mir auch sehr sehr gut gefällt und ich hätte mir durchaus vorstellen können auch mal ein custom von diesem modell zu besitzen und zwar handelt es sich um das modell piccolo und wie ich vorhin schon gesagt habe ihr könnt euch vorstellen warum es mir gefällt der name ist da programm es handelt sich um ein etwas kompakteres messer und es gibt noch eine besonderheit dirk arbeitet im vertrieb mit der maxi von der knife lounge zusammen das heißt ihr könnt dieses messer sowohl beim dirk wanger im shop als auch in der knife lounge im shop also bei der maxi in der altona silberwerkstatt bekommen jetzt aber genug der vorrede hier in dieser schachtel befindet sich jetzt also die serienversion des picolos von eckhard schmoll oder im design von eckhard schmoll hier ist das gute stück geschlossene länge 9 cm liegt also super in meiner hand mit der handschuhgröße 9 und es handelt sich um ein zweihand messer also ohne öffnungshilfe und in der gesamtlänge haben wir hier ganze 15,6 cm also wirklich perfekt für mich geeignet von der größe ich bin da sehr begeistert liegt auch super in der hand finde ich ist eine frame lock konstruktion der die sperrfeder steht optimal am anfang lässt sich ein bisschen schwer wieder nach außen drücken die klinge fällt dann frei sie ist auf kugellagern gelagert gehe ich mal von aus ich habe das messer jetzt noch nicht zerlegt aber so wie es läuft gehe ich einfach mal davon aus wir haben kein klingenspiel klingenlänge 6,6 cm fein satiniert ein bisschen zu fein vielleicht weil auch ein fingerabdruck magnet wir haben hier nur eine stärke von gerade mal 2,8 mm fein ausgeschliffen also da kann man wirklich nicht meckern als stahl hat sich der dirk hier für den vg 10 entschieden für mich ok also ich bin ja nicht so der stahl nerd eckard schmoll benutzt bei seinen customs häufig den rwl 34 hätte ich auch gerne gehabt gebe ich gerne zu oder auch damast stehle aber dirk hat hier ein bisschen auch auf den preis geguckt und da auch etwas geschafft was durchaus bemerkenswert ist denn dieses messer hier im design von eckard schmoll kostet 79 euro da musste vielleicht an der einen oder anderen stelle dann gespart werden was das material angeht zum beispiel bei den platinen hat sich der dirk für stahl platinen entschieden die dann zu einem gesamtgewicht von knappen 90 gramm führen bei den messer also noch vollkommen im rahmen für ein edc taschenmesser so alles was da unter 100 gramm ist da möchte ich nicht meckern ich persönlich hätte das auch ganz gut gefunden hier titan platinen zu haben aber wie gesagt das hätte den preis natürlich extrem nach oben getrieben ihr habt es schon gesehen es ist kein clip verbaut aber keine panik es gibt dieses messer sowohl mit als auch ohne clip könnt ihr also frei wählen was euch da lieber ist und für alle diejenigen unter euch die keine joker jeans freddy besitzen mit der zusätzlichen schmalen tasche in der ich immer meine taschenmesser unterbringe die können sich dann eben auch die version mit dem clip besorgen und haben da kein problem gucken wir uns die klinge noch mal ein bisschen genauer an drop point klinge von den logos hält sich das ganze auch sehr in grenzen dirk hat sich für sein eigenes logo hier auf der klingenwurzel entschieden und auf der rückseite wie eben schon gezeigt nur noch vg 10 was hier komplett fehlt ist der hinweis auf den designer also auf eckhard schmoll das ist mir auch schon auf den heidis aufgefallen die der dirk in zusammenarbeit mit heidi blacksmith herausgegeben hat möchte ich mal was sagen auch da war bei den ersten modellen kein hinweis auf heidi zu erkennen wurde dann später nachgeholt ich hätte mir hier auch irgendwie etwas gewünscht was auf eckhard schmoll hindeutet ich weiß nicht was dazu geführt hat dass man sich dagegen entschieden hat ja also wie gesagt ich bin begeistert dass ich jetzt hier die serienversion eines meiner lieblingsmesser in den händen halten kann noch mal zum thema wertigkeit ihr könnt mir ja mal in den kommentaren schreiben wie ihr das ganze seht hättet ihr auch eine dann natürlich teurere version gerne gesehen die dann mit titan platinen bestückt wäre und vielleicht auch einen anderen stahl im angebot hätte entweder den rwl 34 den der eckhard benutzt oder vielleicht auch eine damast klinge ich persönlich wäre da durchaus bereit gewesen dann einen höheren preis zu zahlen aber da kann ich natürlich erstmal nur für mich sprechen von daher ganz gerne eure kommentare dazu wie ihr das ganze seht lieber ein relativ günstiges taschenmesser für 79 euro und das ist immer noch eine hausnummer die fasziniert mich weil wir wissen dass gerade im letzten jahr alles unheimlich viel teurer geworden ist in der produktion energiekosten alles ist teurer geworden und da dann einen preis noch hin zu bekommen mit 79 euro finde ich schon echt bemerkenswert was ich auch nicht weiß ist ob vielleicht auch der eckhard gesagt hat du dirk übertreib das mal nicht mach hier normale stahl platinen dran ansonsten wenn du hier mit titan arbeitest und vielleicht mit einem anderen stahl dann kommt mir das zu sehr an meine custom messer ran kann natürlich auch sein weiß ich nicht ist eine vermutung von mir ja so viel hier zu dem serienmodell des piccolo von dirk wanger ich freue mich dass ich euch das heute schon zeigen konnte ich bin da über eine auktion herangekommen der stefan 123321 hat mal wieder einen raus gehauen und für eine gute sache geld gesammelt über messer auktionen bei uns in der facebook gruppe the pirate ship und da habe ich dann auch ein bisschen was in den hut geschmissen und habe den zuschlag bekommen war mir ganz wichtig dass ich da nicht länger warten musste um euch dieses messer ebenso schnell wie möglich auch auf meinem kanal vorstellen zu können das soll es jetzt gewesen sein ich würde mich natürlich freuen wenn ihr auch das nächste mal wieder dabei seid wenn es bei mir heißt moin youtube liebe messerfreunde bis dahin tschüss tschüss